Hallo, hier ist Simon. Herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo zur 7Cooks App. Heute erzähle ich dir, wie du deine Wochenpläne an dich anpassen kannst, indem du Rezepte hinzufügst, tauschst, verschiebst oder löscht und auch wie du Lieblingsrezepte speichern und sogar eigene Rezeptsammlungen anlegen kannst. Beginnen wir mit einem cleveren Helferlein, das Quick-Menü. Du findest es auf jeder Rezeptkache und hast damit blitzschnellen Zugriff auf viele Funktionen. Mit Shuffle kannst du deine Rezepte blitzschnell austauschen. Du erhältst ein neues Rezept passend zu den Einstellungen für deinen ausgewählten Wochenplan. Das kannst du sehr oft machen und bekommst jedes Mal einen neuen Vorschlag. Willst du ein Rezept aus dem Plan entfernen, tippe auf die Mülltonne. Tippe auf das Herz, um Lieblingsrezepte zu speichern. Du findest sie anschließend in einer eigenen Rezeptsammlung. Wenn du auf das Lesezeichen tippst, kannst du das Rezept einer bestehenden Rezeptsammlung hinzufügen oder eine neue anlegen. Auch dieses Rezept findest du anschließend unter Meine Rezepte. Von dort aus kannst du es jederzeit schnell in einen Wochenplan einfügen. Tippe auf das Pluszeichen, öffne das Quick-Menü beim gewünschten Rezept, tippe auf das Plus und schon ist es im Plan. Das Quick-Menü findest du übrigens nicht nur in deinen Wochenplänen, sondern auch auf der Entdeckenseite. Damit kannst du Rezepte direkt zu einem Plan hinzufügen, es als Lieblingsrezept oder in einer eigenen Sammlung speichern. Du kannst Rezepten auch einen Daumen nach unten geben und uns damit zeigen, dass wir dir dieses Rezept nicht mehr vorschlagen sollen. Wenn du Rezepte zu einem Plan hinzufügen willst, kannst du dazu auch die Rezeptsuche nutzen. Tippe auf das Plus, suche nach dem gewünschten Begriff und grenze die Suchergebnisse mit den gewünschten Filtern ein. Willst du ein Rezept tauschen oder verschieben, tippe auf das Rezeptbild. Dann auf Tauschen, wähle das Ersatzrezept und fertig. Zum Verschieben tippst du einfach auf Verschieben und wählst die neue Zeit aus. Oder du löscht es einfach, indem du auf Löschen tippst. Das war's. Viel Spaß beim Ausprobieren. Danke fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, schreib uns an supportat7cooks.com